Die Rosa Also alle in den Pfeifen bitte Die ist doch auf Valium, sei meine Beth Die Staatsikon heute nicht so geschwind Das Spezielle am Clubhouse ist, dass wir keine Therapie machen, also keine spezifische Therapie, sondern wir arbeiten gemeinsam, wir arbeiten mit den Mitgliedern Wir schauen, was kann der Mensch, weil jeder kann auch etwas gut und das versuchen wir zu fördern Jetzt holt's mein Kaffee ausgeschickt, tut mir denn das Das, was ich verstehe, ist als Kind Als Kind? Aha, dann gehört's da Das ist das Besondere für mich am Clubhouse, dass ich hier mich auch erfahren kann, wieder mich wertzuschätzen Das, was ich schon mal geleistet habe, um zu schauen, kann ich das wieder erbringen Dass dort mit Stärken gearbeitet worden ist und mit Fähigkeiten und nicht so sehr, es ging nicht um meine Krankheit Wieso müssen wir immer funktionieren? Wir müssen das machen, was von uns erwartet wird Aktion, Reaktion Mehr ist es nicht Gewinnen, scheitern Da bleibt ja gar keine Zeit mehr, um zu lieben Um traurig zu sein Für Glücksmomente der Stille oder der Langeweile Das kurzum Die Patientenrechte Die Patientenrechte in der Psychiatrie eine Selbstverständlichkeit werden Wuhuuu Bleiben im Job sind's bloß im Weg Ein Chef ist da beschissen Ich weiß von der zwei nichts Genaus Was müsst ich da auch wissen? Da kenn ich mich Die Patientenrechte 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 Die Patientenrechte